Ahooo, liebe Schildmeid-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Survive mit euer Merrick Vikingson und der Valkyria. Es tut mir leid, ich habe diese Klingen schon aufgebaut, ich wusste gar nicht, was passiert. Die Klingen waren da, auf einmal, ich habe nur hier geguckt und konnte alles bauen und auf einmal war es da. Ihr seid jetzt live nicht dabei, wie ich sie gebaut habe, aber wir haben sie hingestellt, es hat funktioniert. Der Erkundungs-Trupp hat es auf jeden Fall geschafft. So, wir gehen jetzt gleich hier dran und werden den Worm-Bagger anspringen, aber vorher will ich erst nochmal gucken, dass wir nochmal vielleicht noch irgendwas bauen können. Es tut mir leid, dass ich euch da jetzt nicht mitnehmen konnte, aber das ging gerade so schnell und das war so unfassbar krass, dass ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben hier alles, warte mal, hier muss ich noch was bauen, machen wir natürlich noch. So, zack, haben wir gebaut, ansonsten ist alles erstmal da, wir können nichts weiter bauen, ist okay. Fallen und so weiter habe ich an der Frau, Mann wollte ich gerade sagen, wir gehen rein. Keine Ahnung, was jetzt passiert, irgendwas passiert, ich hoffe, der Typ kommt jetzt und es wird nicht ganz so heftig werden. Wir schauen mal, die Heimtücke, ja ja, das kennen wir alle. Mit der Heimtücke werden wir, glaube ich, jetzt nicht viel anfangen können. Ich bin so gespannt, was jetzt gleich passiert, es ist der Showdown, vielleicht sogar der letzte, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es heute die letzte Folge, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wir drücken Enter, es geht los. Okay, da sind sie, aufgebaut. Niklas, Reeve, Amanda, Miranda, Entschuldigung, alle sind da. Ist schön, dass nicht alle dazu entschlossen haben, natürlich jetzt hier mitzumachen und hier zu bleiben. Dass wir alle tatkräftig jetzt zusammenstehen. Was mit Bloody Eel ist und so, hat keine Ahnung. Jetzt, wo es zu spät ist. Jawohl! Oh, wir stehen oben. Mit Chris. Hier kommt er. Oh, wie krass, da kommt er. Ist das gut? Alter, was für ein Lappen, das gibt es ja gar nicht. Okay, und wer bedient die Kling? Was ist jetzt? Hallo? Wollt ihr den vielleicht mal aufhalten so? Ich weiß nicht. Ach, wir erzeugen solche Trocken hier. Oh, Alter. Alter, mit den Ramm. Boah, wie krass. Boah, wie krass. Seid ihr da? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Okay, das Loch öffnet sich. Chris darf nach Hause. Mach's gut. Good luck, Chris. Good luck, Chris. Good luck, Chris. Oh, wie gut. Oh, ich hab Gänsehaut. Ich komme wieder, sagt er. Nee, nee, geh mal heim. Ja, und jetzt? Wie, wie zurück? Was, ich muss... Ach, du Scheiße, wir müssen das Zeug verteidigen? Nee, ne? Gehst du mal bitte da hoch? Weiky? Du kannst ja von mir aus hüpfen, ne? Aber bitte nicht da, wo es... Bitte da, wo es dann ein bisschen höher ist. Was machst du denn? Jetzt ist er auch noch hingefallen. Och, Weiky, bist aufgeregt, oder was? Ich hab alles gebaut, ich hab... Da muss ich hin. Okay. Es ist schön, dass du das denkst. Boah, guck dir den Lappen an. Wie soll ich den Detel siegen? Verteidige die Klingenfalle. Ist ich euer Ernst jetzt, oder? Äh. Was soll ich machen? Ich hab nur nur ein paar Schuss. Oh, Chris ist der Beste. Boah, reicht das hier? Wir werden es gleich wissen, oder? Okay. Ein Stück hierher. Ja, der war wichtig. Die sind gleich neu hier. Oh, der war am besten. Okay, wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mit einem Maschinengewehr noch reinzuputtern. Kommen die jetzt nur von der Seite? Ich hab doch keine Ahnung. Junge. Junge. Da kommen die Nächsten. Boah, wie viel Kuman-Energie das gibt, wa? Warte mal. Die kriegst du aber so einfach nicht hier weg. Haben wir noch Mörder? Nicht dein Ernst, oder? Oh, warte mal. Ich muss den, glaube ich, bauen hier. Ah, jetzt machen wir unsere eigene Verteidigung kaputt, glaube ich. Oh, der war wichtig. Ich bin hungrig. Ich kann mir jetzt nichts essen. Seid ihr denn dann bekloppt? Jetzt sterbe ich hier wohl wegen Essensmangel, oder was? Ja, hör auf jetzt. Okay, das war der Letzte. Hoffentlich reicht der. War wichtig. Okay. Okay. Alter, wie Groupies hier, oder? Jawoll. Boah, der war gut geworfen. Der war sehr, sehr stark geworfen. Oh, da kommen aber noch einige, ey. Der explodiert doch jetzt. Ach, Valky, das war zu spät. Ach, das war Mist. Das war Blödsinn. Komm, wir gehen hier noch dran. 61 Schuss haben wir noch. Ich habe noch ein Maschinengewehr. Warte mal, wo hast du denn das? Warte, 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 warte. Auf der 3. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Warte mal, warte, warte. put mir schon, wo ist dieasse Musik, Und bitte CelsoSCaber Warte. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay, die zwei müssen wir so machen. Sehr gut. Nee. Noch ne Welle. Nee, oder? Okay. Hier gibt es aber gar keine Verteidigungslinie. Oder bin ich jetzt bekloppt? Oh, wow. Okay, die werden hier runterkommen, denke ich mal. Dann setzen wir uns hier oben eine hin. Dann würde ich sagen, hier unten. Dann fallen die auch hier runter. So wie ich das überblicke. Und von da kommen auch welche. Oh, wow. Ja, aber wie soll man das jetzt machen? 20 Sekunden. Kriegen wir hier keine Verteidigungslinie, oder was? Wie soll ich mich denn da jetzt schützen? Was habe ich denn noch da? Ich habe noch die Staffelbarrikaden. Mörser und Maschinengewehr. Ich habe noch die Waffe. Ja, oder? Nee, oder? Wir sind nach dem Halbwegpunkt mit der Trappe. Häng in da, Kapitän. Wie soll ich das machen? Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, wir haben drei Mörser und ein Maschinengewehr und unsere noch on top. Jetzt warten wir aber erst mal. Ja, hier geht ja gar nichts weiter. Hier die brennen. Ich mache einen hier oben hin. Es war natürlich voll der Schutt in oben. Was hat da? Ja, wenn ich hier reinbredsche Oh, das war's schon Der war wichtig Der war auch sehr gut Da oben haben wir gewonnen, was geschenkt Jawohl Okay Wahnsinn Ich will jetzt eigentlich Gar nicht mörsern, sag ich euch ganz ehrlich Boah, die Falle ist geil Boah, lauf, 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 lauf Boah, ist das gerade episch Okay, fallen die da runter jetzt? Okay, der war nicht schlecht Ja, das war's Ich komme mir gerade vor, wie bei der Gäste Ja, klasse Okay, ich glaube ich muss Habe ich noch einen Mörser? Ne, habe ich nicht mehr Ja, doch, habe ich noch, klar Entscheide ich mal bitte ein bisschen schneller, Püppi Lassen los Lassen los Wir verteidigen so Guter Boah Okay, jetzt müssen wir Oh, wir hatten doch noch einen Mörser Schade Okay, den machen wir da weg Auf rechts Der war wichtig Bitte, bitte, bitte Da, Junge Einer kommt durch Die müssen wir gleich hier oben abfassen Lassen los Boah, das ist Wahnsinn Ja, komm her Oh, mit dem letzten Schuss hier Oder hat Isegrim da hinten weg Ich hätte den Mörser nicht aufbauen sollen Scheiß, die Wand an Haben wir es jetzt? Geschafft dann, oder was? Ja, da kommen die Nächsten Und ich habe Hunger wie ein Bad Werker, ne? In-game Komm mal her Ja, ja, ich habe Hunger, ich weiß Ja, ich komme nicht zu dir Malty Nein, 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 nein Nein, nein, nein Äh, ganz schwierig jetzt gerade Nein Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich, Püppi, halt dich, Püppi Die sind schon zu nah Ja, nein, 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 nein Wann ist denn das vorbei? Scheiße Okay, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir klarkommen Molli hoch Jawohl, schmeiß den hin, komm Alles rausfeuern jetzt Das sind, glaube ich, die Letzten, wenn wir Glück haben Bitte lasst die Letzten sein Bitte, 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 bitte Ich brauche unbedingt was zu essen Da oben kommen die Nächsten runter Das kann nicht wahr sein Mörser Typen Ich brauche, ich brauche, ich brauche es zu ihr Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie soll ich das jetzt verteilen? He's under attack Ich weiß doch! Weg 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 weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein, meine Lieben! Wie soll ich denn das verteidigen? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch gar nicht machbar. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit einem besseren Plan. Danke fürs Zugucken. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie es abgeht. Ich hole euch morgen ab und dann müssen wir uns einen Plan mit den nächsten Gedanken machen, oder? Wahnsinn. Macht's gut. Tschüss.